Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zur ersten Re-Review einer Make-Up-Kollektion. Ich habe es mir dieses Jahr zur Aufgabe gesetzt, euch mehr Informationen zu Produkten zu geben, damit ihr wirklich nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und heute möchte ich nochmal mit euch über Neo-Make-Up reden, denn vielleicht erinnert ihr euch, vor knapp 8 Wochen habe ich bereits ein Video zu den Produkten gemacht. Das war eine First Impression und dieses Mal gibt es eine Review, denn ich habe tatsache eine kleine Challenge mir gesetzt, um herauszufinden, ob der Claim, die Neo-Make-Up gibt, auch wirklich stimmt. Der Februar hatte 28 Tage, wir haben jetzt fast 28 Tage geschafft, denn Neo-Make-Up sagt, das Hautbild verbessert sich in 28 Tagen. Und tatsache habe ich ein paar kleine Tipps und Tricks, die ich euch mit auf den Weg geben werde und ich möchte auch nochmal ein bisschen über die Inhaltsstoffe reden, weil ich glaube, dass ich den Produkten damals nicht ganz so gerecht geworden bin und deswegen dachte ich mir, reden wir wirklich nochmal fokussiert über diese Produkte. Zur Transparenz, das ist mir sehr, sehr wichtig, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Neo-Make-Up. Sie haben mir, das Einzige, was sie mir gegeben haben, ist eine Auflistung von Inhaltsstoffen und was sie tun sollen. Ich kann es euch gerne einmal zeigen. Ein Fact-Sheet, was ihr tatsache auch online über die Inhaltsstoffe sehen könnt. Also ich habe nichts anderes bekommen außer das, aber das war mir ganz wichtig. Ich habe sie nämlich danach gefragt, ob sie mir nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen können, weil ich weiß, dass viele von euch sich wirklich für Inhaltsstoffe interessieren und ich damals in dem Video nicht wirklich über die Inhaltsstoffe gesprochen habe. Und ich glaube, dass einige der Produkte für viele von euch sehr, sehr gut sein könnten aufgrund der Tatsache, dass sie ganz besonders formuliert sind. Und gerade, wenn ich immer lese, hey, hast du was für etwas reifere Haut, ich habe kleinere Fältchen, ich habe Unreinheiten, könnte das wirklich eine gute Sache sein. Deswegen machen wir heute nochmal eine Review, Re-Review zu den Produkten. Ich hoffe, es geht euch gut und bin sehr gespannt, was eure Meinung zu den Produkten ist. Falls ihr sie euch damals schon gekauft habt, nach meinem ersten Video, würde ich euch bitten, eure Review in die Kommentare zu schreiben, damit ich und alle anderen aus der Community das Ganze auch nochmal so ein bisschen nacherleben können und auch nochmal von jemand anderem hören können als von mir. Das würde uns allen natürlich total helfen und ich möchte auch als allererstes mit dem Primer starten. Ganz, 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 ganz wichtig. Wir müssen, oder ich, nicht wir, ich muss so ein bisschen davon wegkommen, Make-up zu benutzen wie ein YouTuber. Das Thema habe ich euch schon oft mit auf den Weg gegeben, dass mich das sehr beschäftigt und ich probiere, das sehr fokussiert zu verändern, weil ich glaube, dass das, was ich euch mitgebe, nicht das ist, was ihr im Alltag macht. Und mein Ziel ist es, euren Alltag zu verbessern und euer Make-up im Alltag zu verbessern und deswegen auch nochmal eine Re-Review. Und das möchte ich auch mit vielen anderen Produkten machen, die ich vielleicht vor ein paar Monaten gekauft habe und in einem First Impression getestet habe. Schreibt mir gerne Produkte oder Videos rein, wo ich nochmal drauf reagieren soll, wo ich nochmal mit dran arbeiten soll, weil ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn ich die Produkte über einen längeren Zeitraum teste. Gerade wenn Produkte mit Skincare vollgepackt sind, die die Haut verändern sollen. Und ich habe sie, wie gesagt, jetzt fast einen Monat ausschließlich im Alltag getragen und habe tatsache auch eine Veränderung gemerkt. Die zeige ich euch aber gleich. Bevor wir loslegen, wir kommen einmal zum Primer. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, ich habe ihn damals so ein bisschen missverstanden. Ich habe ihn so benutzt wie ein Primer. Das ist der Intense Serum Pure Perfector, ein Skin Improving Produkt. Und es ist auch nicht wirklich wie ein Primer und das habe ich nämlich gedacht, weil erst mal, ihr habt diese kleinen Kapseln mit drin. Dort sind die ganzen Wirkstoffe mit drin und sobald ihr drückt, kommt das Ganze raus. Ich nehme jetzt erst mal nur eine kleine, kleine Menge davon, denn das ist ganz spannend. Ich mische mir das so ein bisschen in die Hand und was mir auffällt ist, schaut mal, der hat tatsache eine leichte Deckkraft. Also nicht wie eine Foundation, sondern wirklich wie eine ganz leichte, ganz, ganz leicht getönte Tagescreme. Und ich glaube, und das ist mir in den letzten Wochen auch aufgefallen, dass wenn ich den Primer, ich habe ihn mal getragen, mal habe ich ihn nicht getragen, aber immer wenn ich ihn getragen habe, sah mein Make-up leichter aus. Und deswegen ist das auch so eine kleine Challenge für mich gewesen, das natürlichste Make-up, was ich jemals hatte, zu schminken. Schaut mal, im direkten Vergleich seht ihr diesen Unterschied. Es ist alles so ein bisschen perfektioniert. Natürlich ist das keine Foundation, die jetzt alle Rötungen und alle Pickelchen abgedeckt hat, aber das Gesamtbild der Haut ist wesentlich weicher, sodass wir im Anschluss weniger Produkt brauchen. Und das ist etwas, ich weiß, dass ich viele, viele Mäuse in der Community habe, die reifere Haut haben. Und für mich ist es immer schwierig, Produkte für reifere Haut zu beurteilen, weil ich keine reifere Haut habe. Erfahrungsmäßig, das was ich lese, das was ich lerne, sind das aber Produkte, die dadurch gut funktionieren, weil sie aufeinander aufbauen und sich gegenseitig so ein bisschen ergänzen. Jetzt habe ich beispielsweise eine sehr weich gezeichnete, sehr, sehr ebene Fläche und brauche weniger Foundation, die weniger in Porn und Fältchen fließen kann. Das Produkt, der Primer, das ist echt spannend, hat Niacinamid mit drin. Niacinamid ist ein Inhaltsstoff, der sehr, sehr bekannt ist. Mittlerweile kennen viele von euch auch Niacinamid. Es hat einen antioxidativen, Anti-Aging-Effekt. Es arbeitet mit den Poren zusammen und es ist etwas, was ihr prinzipiell jeden Tag benutzen könnt. Im Gegensatz zu Retinol beispielsweise, was man sehr, sehr selten benutzen sollte. Vielleicht zwei, dreimal die Woche. Hyaluronsäure Salz ist hier mit drin. Das spendet nochmal Feuchtigkeit. Und wir haben, und das fand ich ganz spannend, Centella Asiatica Extrakt. Und das sorgt für eine verbesserte Wundheilung. Und das ist mir wirklich aufgefallen, dass ich immer so Probleme mit kleinen Pickelchens, hatte ich euch neulich gesagt. Ich habe Unebenheiten, ich habe so eingewachsene Barthaare. Und ich hatte den Eindruck, dass der Primer, manchmal habe ich auch nur den Primer getragen, weil ihr ja seht, er hat ja schon so eine leichte Deckkraft und die Haut ist perfektioniert. Dass es alles schneller heilt. Und ich bin immer sehr, 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 sehr skeptisch, wenn Make-up mit Skincare ist, weil ich daran nie so wirklich geglaubt habe. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass die Produkte wirklich was mit der Haut machen, weil sie halt, also das ist nicht eine Beauty Brand wie andere, die wir kennen, die Skincare in Produkte packen, weil es gerade Trend ist. Sondern Neo Make-up kommt von Neo Nail. Und das ist eine ganz, ganz andere Sparte gewesen. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist nicht eine Lidschattenpalette rauszubringen, sondern Skin Improving Produkte. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ihr merkt das. Ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich mir überlegt habe, okay, eine Review nochmal nach einigen Monaten. Nach einigen Monaten, schaut euch das an, da muss ich euch dann auch so ein bisschen was liefern. Und ich weiß, dass viele denken, Video nochmal, habe ich schon gesehen, ist langweilig. Aber wenn ich 10 Mäusen helfe, ein Produkt zu finden, was für sie ihre Haut verändert, habe ich alles richtig gemacht. So, Primer ist einmal eingezogen. Die Haut ist jetzt richtig schön prall. Übrigens ist hier auch Glycerin mit drin. Auch Glycerin spendet nochmal Feuchtigkeit. Und der Primer, wie eben schon gesagt, wenn ich ihn nur trage ohne Foundation, auch wenn ihr so trockene Stellen habt, ne. So hier beispielsweise um die Nase herum, habe ich ja im Moment so ein bisschen Schnuppi. Dann trage ich mir ein bisschen mehr auf. Es kaschiert so ein bisschen die Rötung durch die kleine Deckkraft. Braucht weniger Foundation. Und diese kleinen Trockenheitsfältchen werden so ein bisschen aufgepolstert. Was ich gerne mache, ist, ich lasse den Primer auch wirklich auf meiner Haut. Manchmal mache ich mir dann noch einen Kaffee, stelle die Waschmaschine an, irgendwas. Und lassen wir wirklich schön in die Haut einziehen. Der wird auch nicht klebrig. Also du hast nicht das Gefühl, wie bei dem Power Grip Primer beispielsweise, dass du so, dass du gar nichts berühren möchtest. Du kannst dich hinlegen und das passiert nichts. Außerdem ist hier noch Hydroxamsäure drin. Hydroxamsäure wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und passt dann sehr, 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 sehr gut mit dem Centella Asiatica Extrakt zusammen. Also das ist immer so Spieler gegen Spieler, was immer sehr, sehr gut funktioniert. Primer ist wirklich ein schönes Ding. Ihr braucht auch nicht viel. Der wichtigste Punkt für mich in der Nutzung der Produkte war Tatsache, aber die Foundation. Ich habe mal probiert, nur den Concealer als Foundation zu benutzen. Habe mir ein bisschen Gesichtsöl mit reingemischt. Das sah sehr, sehr schön aus. Ich höre aber euer Feedback und ich höre auch eure Wünsche, wie ich mein Make-up mache. Das ist mir wichtig, dass ich euch den Content so mache, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Und viele haben gesagt, dieses extrem, extrem, extrem Glowige, was ich hier oft mache, das ist für den Arbeitsalltag nichts. Und das nehme ich total gerne an, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich wollte mit euch aber nochmal über die Intense Serum Foundation sprechen, weil ich glaube, dass ich sie damals komplett falsch benutzt habe. Ich habe sie damals benutzt wie eine Foundation und nicht wie einen, so einen zarten Touch an Farbe. Ihr habt erstmal einen sehr hygienischen Pumpspender, da kommt auch alles raus. Also ich habe jetzt hier, ist fast leer im Vergleich zu einer vollen, die ist noch ganz schön prall. Ich habe sie wirklich oft benutzt. Ich habe die Farbe 3, ja 3 Natural. Die ist perfekt, die ist sehr, sehr cremig, nicht so flüssig und dadurch braucht ihr weniger. Und das war ganz spannend, weil ich glaube, dass diese Foundation wirklich mittlerweile für mich, für den Alltag ein großer, großer Punkt gewesen ist. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass Neonel mich eingeladen hat, vor einigen Wochen, um mich kennenzulernen und einfach meine Meinung zu den Produkten nochmal ungefiltert zu hören. Und das fand ich halt so schön, dass Neomakeup mich eingeladen hat, nachdem sie wussten, dass mir die Produkte gefallen und nicht vorher. Ich arbeite mir ein bisschen ein. Ihr seht es, ich trage nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge auf. Und das auch mit einem Pinsel. Ich finde sogar, dass das ein Produkt ist, was man sehr, sehr gut mit den Fingern eintragen kann. Das mag ich persönlich jetzt nicht. Aber, ihr seht es, ich nehme nur eine ganz, 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 ganz dünne Schicht. Und was ich hier dran ganz besonders finde, ist die Deckkraft. Also wenn man so typisch, ich vergleiche sie so ein bisschen mit einer BB-Cream. Das ist zwar keine BB-Cream, das ist wirklich eine Foundation, aber sie hat ein sehr schönes Finish auf der Haut. Ich hole euch gleich ran. Das sieht jetzt ein bisschen glowy aus. Wenn ich das Licht wegdrehe, ist es tatsache nicht mehr so extrem glowy. Wenn ihr reifere Haut habt oder Haut habt, die wirklich zu Pickelmalen neigt, die zu Unebenheiten neigt, ist das wirklich ein Produkt, was ich euch empfehlen kann. Weil auch hier Niacinamid und vor allem hier ist Kieselerde mit drin. Und das hatte ich damals nicht verstanden, wie dieses Finish zustande kommt. Weil es sieht, wenn du ganz nah rangehst, nicht so glowy aus, aber auch nicht so matt. Und das ist diese Kombination aus dieser Kieselerde. Kieselerde ist ja etwas, was man auch gut als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Und der Gegenspieler wieder Glycerin, was Feuchtigkeit spendet. Und was mich hier wirklich bei aufgefallen ist, ist, dass die Foundation oder das Produkt, je länger ihr es am Tag tragt, desto schöner wird das. Das ist oft bei Produkten so, dass sie, je länger ihr sie tragt, desto unschöner sieht es aus. Aber hier nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, weil halt die Kieselerde wieder mattiert, aber das Glycerin diese Feuchtigkeit mit rein spendet. Ihr merkt das. Es ist wesentlich komplexer, als ich damals verstanden habe. Jetzt, wo ich die Erfahrung zu den Produkten habe, kann ich euch da einfach viel, viel mehr zu erzählen. Ich trage mich hier einfach so ein bisschen auf und das hinterlässt eine sehr ausgeglichene Deckkraft. Ich habe beispielsweise hier oben immer noch mein kleines Blutschwämmchen auf der Nase. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, das wegzumachen. Aber die Haut ist sehr, sehr ausgeglichen und es ist nicht übertrieben glowy. Übrigens, hier ist auch ein Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. Ganz, ganz wichtig. Das ist keine Alternative zum normalen Sonnenschutz, aber es ergänzt es. Ganz, ganz wichtig. Und das finde ich auch gut. Tatsache, ich kriege keine Breakouts davon und auch das. Ich habe das nie verstanden und das finde ich extrem spannend herausgefunden zu haben, weil normalerweise habe ich Probleme mit Produkten, die Lichtschutzfaktor mit drin haben. Es sei denn, es ist ein Lichtschutzfaktor. Hier ist es aber nicht der Fall und ich glaube, es liegt einfach an dieser Kombination aus Niacinamid. Niacinamid ist ein Power-Wirkstoff. Ich benutze jeden Tag Niacinamid und ich merke auch den Unterschied auf meiner Haut. Wenn ich jetzt hier das unter meinen Augen so ein bisschen auftrage, es brennt nicht und ich habe das Gefühl, dass die Fältchen nicht betont werden. Ich kriege hier so langsam so ein Lachfältchen. Es passiert nichts. Es ist eine leichte Textur mit einer hohen Deckkraft. Ich habe das Produkt einmal auf beiden Seiten aufgetragen und wollte euch das Ganze jetzt nochmal von sehr, sehr nahem zeigen. Also ihr könnt es glaube ich sehen. Ich stelle noch einmal kurz scharf. Das Make-up hat sich mit der Haut verbunden. Es liegt nicht drauf, sondern es sieht Tatsache aus wie Haut. Also es hat diese einzelnen Rötungen. Ja hier gut, das Blutschwämpchen, das ist schon hart. Oder hartnäckig. Aber es hat alles so ein bisschen ausgeglichen. Ich drehe jetzt nochmal kurz das Licht weg. Es wird ein Stückchen dunkler, aber dann geht der Glow auch weg. Das Licht ist einfach nur eine Lichtspitze, was das Ganze sehr betont. Das ist kein mattes Make-up. Das ist ganz sicher kein mattes Make-up. Aber das ist so ein... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dass ihr es versteht. Es ist nicht matt, es ist aber auch nicht glowy. Es ist so ein semi-matt vielleicht. Haut ist sehr, sehr perfektioniert. Und ihr seht jetzt auch meine Hauttextur. Ich habe natürlich Poren. Ich bin ein Mensch. Man mag es kaum glauben. Ich habe Poren. Aber die sind sehr reduziert. Natürlich kriege ich auch mal einen Pickel. Und es wird nie ein... Es wird nie der Fall sein, dass ihr etwas findet, dass ihr nie wieder ein Pickelchen bekommt. Aber wenn ihr etwas habt, was die Haut beim Tragen pflegt, und das finde ich ganz spannend, abends, wenn ihr euch abschminkt, ist die Haut besser als morgen. Und sie fühlt sich frischer an als morgen. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte den Concealer auftragen. Und auch der ist fast leer. Ich habe ihn, wie gesagt, oft als Foundation benutzt. Ich gebe mir das immer ein bisschen auf den Handrücken, weil ich das Produkt gerne auf der Hand aufwärme. Der Concealer ist wesentlich deckender als die Foundation und eignet sich dadurch, finde ich, immer perfekt zum Spot-Concealen. Ihr seht es. Normalerweise trage ich ja sehr, sehr viel Concealer. Das ist eher schon Richtung Camouflage-Creme von der Deckkraft. Ich setze mir noch ein bisschen hier hin und ein bisschen auf die Nase. Auch der hat Nier-Cinamid mit drin. Wirkt gegen Entzündungen, wirkt antioxidativ, pflegt sehr, sehr gut. Was ich damit sehr, sehr gerne mache ist, und das finde ich ganz spannend, in dem Concealer ist Vitamin E mit drin. Und das wirkt gegen kleine Fältchen und Aloe-Blattextrakt. Und das spendet nochmal diese Feuchtigkeit, sodass der Concealer halt nicht trocken aussieht. Ich blende mir den so ein bisschen aus und schaut einmal bitte kurz wieder Kraft. Also, ich habe hier noch alles an meiner Hand. Ihr braucht wirklich nicht viel. Und Hanfsamenöl ist mit drin. Und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich das so noch nicht in meinem Produkt hatte. Aber der Concealer ist... Also, ich würde sagen, benutzt weniger von dem Concealer, weil ihr wirklich nicht viel braucht. Ich werde wahrscheinlich schon viel zu viel benutzt haben davon. Er ist extrem deckend. Und gerade wenn ihr vielleicht auch gar keine Foundation tragen wollt, eignet sich der, um punktuell so ein bisschen zu arbeiten. Also, ähnlich wie eine Camouflage-Creme. Ihr seht den Unterschied zwischen meinen Augenringen. Die sind extrem stark. Und meine Augenringe sind natürlich auch heavy. Ich habe auch den Concealer in der Farbe 3. Der ist dadurch ein bisschen heller als die Foundation und passt sich dann aber trotzdem an und lässt sich gut einblenden. Und auch hier, das finde ich spannend, ihr müsstet ihn nicht setten und braucht dadurch weniger Produkt. Ich nehme jetzt hier nur eine ganz, ganz kleine Menge an meinen Schwamm und trage mir das hier auf. Und ihr seht sofort dieses Abdeckende. Und was ich mit dem Produkt sehr, sehr gerne gemacht habe die letzten Wochen ist, ich habe ihn jetzt einfach mal 20 Minuten drauf gelassen. Und wisst ihr was? Ich werde das jetzt auch tun. Weil ich euch einmal zeigen möchte, wie das aussieht, wenn ich das Produkt wirklich auf meiner Haut drauf lasse und die Haut, die Wirkstoffe aufnehmen lasse. Weil wenn ich sofort mit Puder reingehe, entziehe ich dem Produkt natürlich die ganze Feuchtigkeit wieder. Deswegen mache ich jetzt ein kurzes Päuschen. Es ist 9.40 Uhr. Um 10 Uhr bin ich wieder da. Und dann zeige ich euch das Ergebnis ohne irgendwas on top. Ich bin einmal kurz ins Tageslicht für euch gegangen, dass ihr euch das Finish auch nochmal ohne Studiobeleuchtung ansehen könnt. Also die Augenringe sind komplett kaschiert und das Make-up sitzt sehr, 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 sehr ebenmäßig auf der Haut. Das ist so ein bisschen... Kennt ihr den Paris-Filter von Instagram? Genauso. Ich filme das jetzt mit der regulären iPhone-Kamera in 4K, mit der Frontkamera, also der Selfie-Kamera. Und das ist extrem glatt. Also sehr, sehr natürlich sieht das aus. Im Prinzip, ich habe jetzt immer noch keinen Puder. Es sind jetzt 15 Minuten ungefähr her, dass ich euch aus dem Studio verabschiedet habe. Aber ein extrem natürliches Ergebnis. 20 Minuten später, ich war tatsache einmal oben für euch, weil ich euch das Ganze im Tageslicht nochmal zeigen wollte, weil ich glaube, dass Studiolicht auch immer nicht so dem gerecht wird. Ihr habt es gesehen, die Haut ist tatsache sehr, sehr ebenmäßig gewesen. Ich kann in der iPhone-Kamera keinen Paris-Filter rüberlegen und ihr kennt meine Haut. Ich nehme keine Filter hier. Es bringt einfach nichts, euch Produkte zu zeigen und sie dann zu filtern. Das wäre doof. Das Ganze ist extrem weich gezeichnet und es ist tatsache nicht oxidiert. Was mir jetzt auffällt, ich habe ja noch keinen Puder drauf gehabt, jetzt kommt langsam dieser Glow mit durch. Wir pudern das Ganze gleich ab. Vorher wollte ich euch aber einen kleinen Hack zeigen, den ich für mich gefunden habe. Ich nehme tatsache ein bisschen von dem Concealer nochmal und packe ein bisschen Lippenstift mit rein und mische mir damit so einen kleinen Blush. Das ist so ein kleiner Hack, den ich von einer Make-Up-Artistin gelernt habe. In dem Moment, wo ihr euren Lippenstift und euren Concealer mischt, habt ihr einen Blush, der vom Unterton sehr, sehr gut zu eurer Farbe passt. Das ist natürlich die Bedingung, dass eure Farbe von dem Concealer ist und nicht zu hell oder nicht zu dunkel. Und das blende ich tatsache auch einfach so ein bisschen ein, weil ich dadurch nochmal ein bisschen mehr Natürlichkeit wieder reinkriege. Es ist sehr, 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 sehr deckend gewesen. Ich habe natürlich auch viel benutzt, müsste man aber nicht. Aber ich finde, dass das ein sehr natürliches Ergebnis dann ist und nicht so, das sieht nicht so, ich verstehe diesen Trend mit diesem pinken Blush im Moment nicht, dass alle auf einmal auf pinken Blush stehen. Das sieht sehr, sehr, in meinen Augen sehr, sehr unnatürlich aus und passt nicht dazu, wenn man natürliches Make-up benutzen möchte. Mit dem Puder war ich am Anfang tatsache so ein bisschen auf Kriegsfuß, bis ich verstanden habe, wie ich es am besten nutzen kann. Das ist ein Puder, was ich ein bisschen missverstanden habe. Das ist kein Baking-Puder. Das ist ein Setting-Puder beziehungsweise wie so ein Finishing-Puder. Das Packaging, ich finde das total cool. Es hat eine sehr, sehr große Puderquaste mit dran, die auch schon so ein bisschen Produkt mit drin hat. Also wenn ich jetzt auf meine Stirn gehe, wird das Make-up fixiert. Ich gebe mir aber immer gerne so ein bisschen was auf meine Hand und tatsache nur so eine kleine Menge und nehme ein Microfiber Multitool Mini und arbeite das Produkt in das Tool mit ein, so dass ich nicht zu viel Produkt dran habe. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme das Produkt und drücke das nur ganz leicht hier hin, ohne zu Baken. Und jetzt seht ihr, wie dieser extreme Glow verschwunden ist von außen nach innen gegen die Fältchen. Hier ist nämlich Mica und Tapioca Stärke mit drin, was so ein bisschen das Licht diffust. Und jetzt seht ihr diesen Unterschied. Es ist mattiert, aber es ist nicht so leblos. Und das ist ganz, ganz spannend. Und dann nehme ich einfach das Tool und arbeite mir das Ganze in meiner Haut mit ein. Und das ist echt... Also ihr seht das, ich gebe es überall mit hin und es hat kein Glitzer mit drin, aber es strahlt so ein bisschen. Jetzt kommt meine Hauttextur nicht mehr so stark durch. Die Haut ist wesentlich mattierter, aufgehellt an den Stellen, die ich aufhellen möchte, aber weich gezeichnet. Und hier ist Tonerde mit drin. Und Tonerde ist perfekt, wenn ihr eine fettige Haut habt. Also ich probiere zu jedem Produkt was zu sagen, weil ich nicht erwarte, dass ihr die komplette Reihe zu Hause habt. Ich möchte euch zu jedem Produkt so ein bisschen die Vorteile nennen. Wenn ihr eine ölige Haut habt oder schnell ölt, ist das ein Produkt durch diese Tonerde, was einen natürlichen Mattierungsfaktor mit drin hat. Also wenn ihr schnell ölt, nehmt ihr euch das Produkt mit. Ihr könnt es auch in euer Microfiber Multi-Tool Mini beispielsweise reinmachen. Dann packt ihr euch das in so einen kleinen durchsichtigen Beutel. Habt das dann mit. Und dann geht ihr einfach nach 8 Stunden, wenn es hier ein bisschen ölig um die Nase geworden ist, mit dem Rest, den ihr habt, hier einfach rüber. Und das Ganze ist mattiert. Ohne dieses pudrige Finish. Und jetzt seht ihr, glaube ich, ich hole euch gleich noch ein Stückchen da ran, diesen Ausgleich. Also es ist alles super frisch. Auch hier nochmal eine ganz, ganz, ganz direkte Nahaufnahme. Natürlich, auch ich habe Fältchen unterm Auge. Sie sind jetzt aber nicht so stark betont, wie ich finde. Also es läuft alles nicht so in die Fältchen, sondern es legt sich wirklich wie so ein, ja, wie der Paris-Filter drauf. Ich habe euch jetzt nochmal recht weit weggenommen, damit ihr das Ganze auch nochmal auf eine normale Entfernung seht. Man sieht meine Haut durch. Sie ist aber weich gezeigt. Und was ich damals nicht getestet hatte, war die Mascara. Ich weiß nicht, warum ich sie damals nicht gekauft habe. Jetzt habe ich sie aber getestet. Das kommt auch in so einer Tube. Der Vorteil ist, ihr kriegt alles mit raus. Das Bürstchen ist ein ganz, ganz spannendes Bürstchen. Und die Textur der Mascara ist auch gut. Ich habe jetzt kein Lash Lift mehr drauf. Das letzte Lash Lift ist fünf Wochen her. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Eine Schicht. Ich lasse es kurz antrocknen. Hier ist Rizinusöl mit drin. Rizinusöl wird gerne als natürliche Möglichkeit genutzt, dass die Wimpern länger werden. Ich hatte mir damals so ein Fläschchen Rizinusöl gekauft und habe das dann als Wimpernwachstumsanregeprodukt genutzt. Und es hat meiner Meinung nach damals sehr, sehr gut funktioniert. Das ist eine schwarze Mascara. Liebes Team von Neo Makeup. Bringt die bitte in Braun raus. Und nicht so ein schwarzbraun, sondern ein richtiges Braun. Weil das einen sehr natürlichen Aufschlag macht. Also sie macht jetzt nicht dieses übertriebene Dicke, sondern sie nimmt jede einzelne Wimper. Sie packt da Farbe drauf. Sie macht sie lang. Hier ist übrigens auch noch Vitamin E und Jojobaöl und Avocadoöl mit drin. Und das spendet Feuchtigkeit an die Wimpern. Und das ist mir oft aufgefallen bei günstigen Mascaren im Vergleich, dass die so ein bisschen austrocknend sind. Viele haben auch einfach Inhaltsstoffe drin, die die Wimpern meiner Meinung nach austrocknen. Hier habt ihr eher Pflege mit drin. In dem Moment, wo ihr eure Wimpern pflegt, mit Produkten, die Pflege sind, nicht unbedingt Wimpernseren, sondern einfach Produkte, die die Wimpern nicht austrocknen, brechen diese nicht so schnell ab und werden dadurch natürlich auch länger. Einfach faktisch. Es ist eine sehr, sehr gute Mascara, die für das Gesamtbild meiner Meinung nach sehr passend ist. Weil es nicht so... Es sieht nicht so stark geschminkt aus, sondern es ist so ein... Uh, er oder sie hat einfach eine gute Haut. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und auch generell mit den Produkten. Ich glaube, dass das Produkte sind. Jedes einzelne für sich kämpft immer so ein bisschen gegen ein Problem, was ihr vielleicht haben könntet. Ölige Haut, das Puder. Unebene Haut, die Foundation. Ihr habt vielleicht eine Rosacea. Dafür würde der Concealer perfekt sein. Beispiel, hier ist jetzt noch der Lippenstift mit dran. Nehmen wir jetzt mal als Rosacea. Sehr, sehr, sehr ebenmäßig auftragen. Und die Rosacea ist abgedeckt, weil die Deckkraft sehr, sehr hoch ist. Ihr habt die Pflege noch mit drin. Und ich hoffe, dass ich euch dadurch einfach noch mal ein bisschen mehr über die Produkte erzählen kann. Sie halten sehr, 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 sehr gut auf der Haut. Ich finde, dass das Finish so ein bisschen Richtung... Je länger ihr es am Tag tragt, das hatte ich am Anfang schon gesagt, desto natürlicher wird das Ergebnis. Und es wird immer so ein bisschen glowiger. Ihr könnt, wenn euch das zu glowy wird, einfach diese Quasse nehmen. Und dann einfach mit dem Ding hier rauf. Mache ich meistens nicht. Ich habe meistens immer Gefallen bei Multitool Mini. Aber ihr habt die Möglichkeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Deswegen würde ich mich da sehr freuen, wenn ihr mir eine kleine Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Ich verlinke euch die Produkte einmal. Aber lest euch gerne auf der Webseite noch mal ein bisschen ein. Weil ich glaube, dass es noch mal immer was anderes ist, wenn man etwas selber liest oder etwas von mir hört. Und wenn ihr Reviews habt, schreibt sie in die Kommentare, sodass ihr auch helfen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich helfe euch da gerne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, es würde euch noch mal sein. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Vielen Dank.